Ja, ich mach dir noch fertig, bitte. Bitte, ich... Ich sag dir gleich, warum ich das noch fertig machen will. Ich spiel gerade vor 3000 Leuten, bitte. Getting flamed. Ich spiele... Das Spiel ist ein Dreck! Wenn du mir den PC betnimmst, dann hab ich wirklich überhaupt keine Lust, überhaupt noch zu lernen. Ich lerne eh brav jeden Tag. Ja, du wärst nicht brav. Ja, sicher lerne ich brav. Ich lerne überhaupt nicht. Ja, sicher. Verstehst du nicht, dass dein Leben nicht um Spiele geht? Es geht ja nicht nur um Spiel. Es geht um Spiele! Und deswegen dreist du das Spiel an! Hast du vertrautelt? Willst du jemals mit einem Spiel auch Geld verdienen? Ich hab niemals gesagt... Du hast keine Chance mit Geld verdienen, was du spielst. Ich tu auch nicht grad spielen, damit ich jetzt Geld verdiene, sondern... Du spielst! Du spielst! Ein vertrautelter Spiel! Was glaubst du? Schau, ich spiele gerade... German Lessons. Mit Athen. Mit Athen. Und er streamt, damit er das mit Charity machen kann. Ja und? Ist mir wurscht, was er macht damit? Aber ich verdien... Ich will ja nicht... Ich will ja nicht... Ich will ja nicht viel Geld verdienen, sondern ich will ja nur unterstützen! Nein, das ist wurscht! Das ist alles eine Scheiße, was du erzählst! Das ist wurscht! Du lernst nicht! Ich lerne! Deine Schulnoten sind schlecht! Ich lerne! Was willst du im Leben einmal erreichen? Du hast sogar gesehen... Was willst du erreichen? Außer dass du... Und wann? Ja... Du wirst dich mal da auch nicht machen! Ja sicher! Nein! Doch! Nein! Wer zahlt das? Jetzt die nächsten Jahre! Wenn du die Schule wiederholst! Wenn du die Schule nicht bestehst, schmeiß ich die aus! So ist die Tatsache! Dann sitzt du auf der Straße, du bist 18! Und ich bin nicht bereit, für dich zu bezahlen, wenn du nicht ordentlich wirst! Ist dir das klar? Oder? Es ist keine Spielzeit mehr! Du spielst die ganze Zeit! Und ich hab gesagt, es ist Schluss! Ja... Aber ich hab gelernt! Das ist meine Wahrheit! Das ist meine Wahrheit! Du hab' ich die ganze Zeit jetzt nie lernen gesehen! Ich kann am Computer gut lernen! Und ich hab am Computer viel mehr Lust! Weil wenn ich oben im Prozess... Wenn du hobby gehst, dann spielst du! Und du lernst nicht! Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Und lernst du nicht! Das stimmt wirklich nicht! Du kannst oben genauso lernen! Aber oben ist einfach ein ganz anderes Klima! Es gibt hier noch! Dann kannst du oben lernen! Ja! Ja! Das stimmt! Wenn es ein Problem ist, du musst nicht immer spielen! Das ist okay! Es ist einfach nur... Es ist okay, man. Ich bin sorry, guys. Es ist okay, es ist okay. Es ist die schlimmste Zeit. Ah, das passiert. Das passiert, bro. Es ist okay, man. Don't worry. Be happy. We're gonna go for it.